Super schön war es dabei und in einer wunderschönen Zeit. Ich weiss nicht, ob man mich gehört hat, wie solltet ihr? Übrigens Versuch Nr. 2, weil der erste Versuch am Strand war ein bisschen windig. Man hat nichts gehört. Hallo meine Lieben, schön seid ihr dabei, euer Payne ist es auch. Ich bin in den Ferien und ich geniesse es richtig. Ich bin in Italien in der Nähe von Venedig. Extrem schöne Stadt. Müsst ihr unbedingt mal gehen. Es tut mir gut, mal ein bisschen weg vom Alltag, von der Arbeit, von YouTube, von den Grinds. Ich war jetzt am Ende des Grinds nicht mehr dabei, aber ich werde natürlich weiterhin bei den Grinds mitmachen. Und ich weiss noch nicht genau, ob ich mehr Tutorials machen soll oder ob ich mich auf Livestream ein bisschen mehr organisieren soll. Was meint ihr denn dazu? Eure Kommentare werden mir weiterhelfen. Peace out meine Lieben. Danke. Danke.